Hey zusammen, mein Name ist Anni und ich betreibe schon seit vielen Jahren ein Handmade-Business und dieses Business habe ich mit dieser Brother PL670E gestartet. In diesem Video zeige ich die Handhabung mit diesem sehr praktischen Brother Magnetrahmen. Diese Rahmen haben jeweils eine Stickfläche von 10x10 cm und 13x18 cm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.